Ich hab's wirklich nur auf der Playstation gezockt, die Fallout-Spiele. Ja, weiß ich nicht, wenn ich der Serie ne Chance gebe, vielleicht interessieren mich dann ja auch die Spiele, aber ich kann nichts versprechen. Ich bin echt begeistert von der Serie, also die haben das super umgesetzt. Die Spiele sind ja Investor, Betester meint man hier, ne? Ja, ja. Ja, ja wie Zelda Scrolls auch, selbe Prinzip, nur ein anderes. Und obwohl das jetzt ja auch nicht mehr das neueste ist, ist Fallout 4 grafisch-technisch nicht so, dass du es jetzt spielst und sagst, boah sieht das kacke aus. Ja. Das ist auf jeden Fall bei der Serie, also... Das ist vielleicht den Hauptdarsteller mega, wie Walter Gorgens. Ja. Ja. Ja, aber ich bin dann über den, ob ich erst mit Shogun, äh Shogun anfange oder Fallout. Was? Ja. Es gibt ja auch diese neue Stro-U-Serie. Eine Disney-Plus-Serie, ja. Ja. Die... Im Japan des Mittelalters, beziehungsweise des späten Mittelalters. Und... Es sah auch ziemlich gut aus. Ich mag echt zwei Serien parallel schauen. Ja gut, das sind ja aktuell nur acht Folgen draußen, ne? Ja. Von Fallout leider. Man kann nicht wieder Ewigkeiten dauern, bis es da weitergeht. Ja, das fand ich bei Stranger Things, fand ich das so beschissen, ey. Das ist ja dann quasi... Der Weiterdrehen ist ja die letzte Staffel mitten in diesem komischen, ähm, hier Hollywood-Streik da gefangen. Ja, stimmt, ja. Das war das so eeeewig, ja. Und... Bis dahin hast du auch komplett vergessen, was in der vorherigen Staffel passiert ist. Ja, so ist ja. Ich fand auch The Witcher super, weil ich mich auch mit Summer weiter geht. Ja. Ja, allerdings... Kack ist halt nur, dass der Schauspieler ja dann... nicht mehr derselbe ist. Ich mach den Schauspieler mega, aber ich muss sagen, ähm, in der Serie, ich hab damit eben nicht klar. Ich nicht. Der hat so, der hat so greif gespielt. Ja, das ist aber der Geralt so, also wenn du die, äh... Ich weiß aber in der Serie, ich weiß es nicht. Ich fand auch teilweise, wirkte mir das alles so ein bisschen trashig. Als hätten sie mich irgendwie, ähm, hier Geld zur Verfügung gehabt. Und dieses ganze Emotionslose und sowas, das ist ja typisch Geralt, also... Ne, auch, auch die Bewegung. Ich weiß, auch im Spiel, ähm, kommt er so rüber. Aber im Spiel könnte ich mir das noch... Ja, dadurch auch gern, dass es halt, ja, die Programmierung oder wie auch immer... Aber in der Realverfilmung, dass der Typ dann auch so... live durch die Geten läuft, also so als... Ja, gut, ich sag mal, dass da... Ja, das hat absolut nichts damit zu tun, sondern das ist gewollt. Ja. In den Büchern ist das ja auch so. Mit du? Er wird ja auch immer beschrieben, auch in den Büchern und so, dass er überhaupt... keine Gefühle hat, sondern das ist gewollt. Ja, genau. Wollt jetzt eigentlich mit hier bei 5.3 fliegen? Weil da so ein Mischling ist. Ja, ja, genau. Das ist, wie gesagt, alles gewollt. Also, wer möchte jetzt mit hier bei 5.3 fliegen? Äh, ich fahr hier meine letzte Runde für, äh, für jetzt erstes Mal. Also, ich fahr grad 4.3 Deutsche. Ich bin dann erst wahrscheinlich spät am Abend wieder da. Aber, ich werd bei dir auch mitfahren. Aber ich bin noch in der Runde drin. Ich bin auch grad noch in der Runde, ja. Ich kann ja schon mal einladen. Schimpf, der ist drin. Ja, ist gut. Ja, okay. Fabi, willst du denn hier auch mit, oder fährst du weiter? Das weiß ich noch nicht, mal gucken gleich. Erstmal hier die Runde vorbeibringen. Wo willst du denn hinbringen? Zu Ende bringen, Entschuldigung. Du Club-Scheißer. So, bitte ist die andere Runde bestellt. Warum gibt's du, du hast mich vermisst? Das kann man aber auch anders verstehen. Ananas? Na, das andere Runde. Ja, ja, jetzt weiß ich noch. Ja, ja, jetzt weiß ich noch. Ah, das ist der Trailer. Rilak, Hilfe! Mach dich mal nützlich, okay. In dem Moment wieder, ey. Jetzt hätte er es bestimmt. Oh nein, das ist nicht gut. Was? Ey, Mona! Du! Was ist das? Ach du Scheiße, da ist ja alles voll. Ja, Rakete auf dich raus, ne? Ja, ich weiß. Was? Ich hab' die Säler, den ich gekriegt habe. Oh, ne. Ach, ne. Mal die Säler, den ich gekriegt habe. Ich hab' ich hier voll im Gefecht, werd' ich von Mona einfach geschossen. Mit Verschämtheit. Oh, Prädrak. Oh, gut. Ja. Interessante Wahl. Ja. Was, Prädrak? Interessante Wahl? Ah, ja. Ach, okay. Ja, ich bin in der Trailer. Wenn's im Spiel ist, darf man's auch benutzen. So sieht's aus. Oh, KA29, wo ist der denn? Oh Gott, der hat mich gerade angeguckt, der T-76. Ey! Mona hat's aber heute auf mich abgesehen. Gut, dass sie nicht im Gegnerteam ist. So, wo ist jetzt dieser vermalte Deuter Heli? Diese Hellfire fliegen aber auch irgendwie in Schrittgeschwindigkeit. Hehehehe. Achts noch los. Guck's auch nicht. Die Fliegezug geht mal hin oder laufen hin, klopfen an, fragen ob sie einschlafen dürfen. Hehehehe. Klopf, klopf! Wenn sie ne positive Rückmeldung bekommen, laufen sie wieder zurück, geben dir Bescheid und dann darfst du nochmal abschießen. Alter, wie viele Drohnen wir gerade im Team haben. Den Hubschrauber verloren. Guck mal. Ah, nananana, nananana, macht hier einen auf König der Löwen hier, die Mona. Ne, 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 ne. So, meine Damen und Herren, euch noch einen schönen Nachmittag und bis gleich. Ja, wieder. Bis denn, äh. Bis denn, äh. Was war's, Cody? Der Dritte sagt, I wish you rot. Ich versuch's erst mit der Fretchia. Okay. Schnell da sein. Die Fretchia ist, äh, Premium, oder? Nein. Echt? Das ist, äh... Ah, ja. Okay. Äh... Leichter Panzer mit dem höchsten Battlerating. Okay. Im italienischen Baum. Ja, ich hab gründlich. Haha, Loader. Das ist schön, die Spikes kann man so schön im Fahren abschießen, wenn man einen Gegner reinkriegt. Zwei Critical Hits schon gesetzt. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Oh nein. Wieso seh ich den denn nicht im Thermal? Wieso seh ich den denn nicht im Thermal? Äh... Ja, schön, die sind schon an B dran. Ich freu mich. Wow. Ich bin ja schnell. Mhm. Weil halt auch... Alle sich nur auf A konzentrieren, anstatt auch mal zu verteidigen. Boah, diese Scheißbüsche. Ich seh nichts. Jungs, ich bin mal raus für heute. Ciao. Jo. Gute Nacht. Tschüss. Tatsächlich auch mal da hinten in die Richtung gucken. Ja, da ist einer. .... ... ... ... ... ... ... Warte, diese ganzen Scheißbäume. Ach, drei Killassists jetzt schon gepickt. Ich bin gleich bei dir Okay, jetzt guck ich auch noch mal Ich doch noch mal nach hinten Ah ja Schon gehe ich den Gegner nicht mehr Was soll diese blöden Büsche Hab ich dich Was Scheiße! Scheiße! So, das ist alles. Lass das. Wir haben doch schon wieder einen Cheater im Team. Scheiße, das war so ein kleiner Toyota. Da hinten. Schön. Wir sind bestimmt gespottet durch den Toyota. Ja. Zwei Mann sind da. Ich hab's von Richtung A reingekriegt. Da ist einer. Ja. Ja, ich muss verpacken. Der Schutzverfluss ist raus. Wie lange? 15 Sekunden? Und 10. Ach, Scheiße. Begleitpanzer. Der ist aber noch im Spawnschutz. Immer noch spotten. Und meine Kette ist im Arsch. Ich sag mal, wie kann man über die ganze Karte alle Gegner spotten? Wie meinst du das? Wie kannst du über die gesamte Map alle Gegnerfahrzeuge spotten? Egal wo sie sich befinden. Ja. Irgendwo wird's ne Stelle geben. Vielleicht. Weiß ich nicht. Was hast du für ne Karte? Ähm. Finnland. Lebst du noch, Prederak? Ja. Ah ja, da bist du. Okay. Okay. Komm, geh drauf. Geh drauf. Ja. Das war wichtig. Ja. Die haben noch ne Flak irgendwo. Ich muss aufpassen. Die siehst du nicht zufällig, ne? Ja. Die haben noch hier ein MBT. Okay. Okay. Ja ne, ist klar, als ob die nicht trifft. Alter! Letztendlich. Die haben nicht. Ich hab die nicht gesehen, ey. Ich hab die nicht gesehen, ey. Da hinten. Ja, ist gespottet. Ist aber weit weg. Ja. Ich spawne neu. Zwei Hellfires hab ich noch. Wenn ich ein bisschen höher gewinnen kann, krieg ich ihn vielleicht. Ah ja, jetzt qualmt er. Jetzt ist er down sozusagen. Das war's. Was war's? Jawohl, ein Aufklärer nochmal Auf einen von den beiden Ja, lande wieder Auge mauge, ha, das war mein Rache-Kill Ich denke, bis ich wieder starte, haben wir wahrscheinlich A durchgecappt Geh ich auch mal davon aus War das der, der hinten auf dem Berg stand, der gespottet war? Ja Okay Hey, sorry, ich war... Nee, nee, es war... War eigentlich gar nicht Das war ne etwas bessere Laminz Die wehren sich aber noch Ja, die sind so ein bisschen starkpöpfig Ach, bist du rausgegangen? Bist du schon down? Ja, ich... Weiß nicht... Ich glaube, das ist eh vielleicht los Ja, hast recht Ja, ich glaube, das ist eh Das ist eh nicht Ja, ich glaube, das ist eh Ja, ich glaube, das ist eh Ja, jetzt ist es vorbei. Beste Squad, das zu zweit. Das bei meiner Minderleistung. Mal gucken hier. Hast du doch, als wir erstmal auf der geplanten Pose waren, ist es doch für dich ganz okay gelaufen mit drei Kills. Ja, aber nicht zu vergleichen mit den Runden davor. Ich fang auch mit der Rüat an. Also D6 fahr ich wohl. Ich glaube, was können wir da gerade planen. Oh, da hat sich schon Bombeweg bei C. Okay. 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 We nehmen C ein. Der ist weg. Sehr gut. Ich drehe wieder um. Ne, ich höre noch einen um die Ecke. Oh Gott. Ja, da müsste noch einer stehen. Der feuert hier runter. Ja, okay. Ich sehe ihn nicht. Ich bin nicht in den Wolken. Heli, ja. Kommt hier jetzt über den... Die Dingens. Ja, der ist da über mir. Pfeffer. Der müsste runtergehen. Kill ist es. Abschlusshöfe, so ein Arsch. Scheiß Puma. Zwei Raketen haben wir da gefressen. Ja, und ich bin tot, natürlich. Ich suche 25k. So ein Scheiß. Ich pushe gerade hier komplett rum und snacke alles weg. Sehr schön. Wo, bitteschön. Der Fabio ist verliert. Ja. Ist... Noch einer direkt bei mir um die Ecke. Aber der kommt... Den pushe ich auch. Und tschüss. Hehehe. Hast du den beschossen? Ne. Okay. Der andere dann wahrscheinlich. Ah, wie. Hast du den Zauber reingetroffen? Jetzt bin ich on fire hier. Aber wirklich. Jetzt... Jetzt ist er ein fesselt. Ja. Nice. Das... Was hat der weggemacht? Mein Motor. Ja, okay. Halt so schlimm. Hier ist der Nächste. Der sieht mich an. Wir haben uns nur gegenseitig gehittet. Und beschießen uns gegenseitig mit MG. Oh Gott. Oh, da hängt auch noch einer. Ja, ich zieh mich zurück. Mach mal. Du 25, wo? Ich seh nichts. Scheiße. Ja, ich zieh mich zurück. Zur Flagge. Der Abschluss ist mit der jetzt. Bei C ist auch einer gestorben. Hab ich zur Taure. C3 Taliena läuft. Ah ja. Bei mir auch. Ja, schön. Sehr schön. 2000 Spawnpunkte gleich. Aber ich denke mal, die kommen nicht mehr so schnell aus dem Spawn raus. Nee, die werden jetzt oder auch nicht. Sollte sein. Die werden jetzt blockiert, aber ich stelle mich schon so ein bisschen hoch an. Shit. Komm, setz zurück. Hast du Hilfe da oder kommst du zurecht? Äh, ich weiß nicht, was hier noch ist. Irgendwas war da bei dir noch gespottet. Ach, schade. Ja, ich dachte mal, ja. Scheiße. Ich weiß nicht, was da hinten auf den Hubschrauber schießt. Ich komme nicht dazu. Jetzt haben sie mich endlich. Ah, 50. Ja, okay. Der ist auch weg. Verdammt, die haben eine Assrate in der Basis und ich bin im Flieger gespawnt. Ich höre hier im Panzernähe. Ich hoffe, das ist der Grüne hinter mir in meiner Nähe. Er ist gerade gestorben von der Chrysanthema, so wie es aussieht. Es ist viel zu wolkig zum Bomben. Ja, ich bin wieder da. Alter. Okay, dieses Kind einer gehasstigen Liebe ist doof. Alles klar. Dann bin ich erwischt in seinem Wiesbaden. Der wird denken, die Leute ins Kirche wäre das Musikkapel. Egal. Ich bomb in Ahrhein. Ja, ich glaube, doch ist am Thema um dir, okay? Alles bei Ihnen. Ich muss gucken, dass ich irgendwie durch die Wolkenlücken durchbombe. Ein Luftsiedler oben. Was? Wo? Ich will. Da kann ich gucken, ob meine Rakete... Halt mal still, da kann ich gucken, ob meine Flakten... Ach du... Nee, 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 so nicht, mein Freundchen. Heiße, der Christoph Thämer hat mein Geschwister geschlüsselt. Ich bin tot. Wo ist die 2S38? Da. Was ist ein Idiot. Die 2S38 MB. The Light Forces have captured the zone. Und jetzt ist auch noch Packet lost. Och, Mann, ey. Jetzt ist er tot. 2S38 wird von mir attackiert. Komm schon, komm schon, das schaffe ich noch. Jawohl. Dürfte es doch bewesen sein, jetzt dann. Bist du noch... Nee. J35 nimmt mich ins Visier. Hä, ist der... Ist der abgeschossen? Nee, aber unsere Flak hat nicht in die Richtung geschossen. Ja, der qualmt sehr stark schwarz. Der ist, glaube ich, weg. Und eine MiG-21 haben die jetzt auch noch. Ach, ist vorbei. Okay, sehr schön. Das war mal eine geile Runde. Definitiv. Ich glaube, ich habe mich jetzt auch bei... Naja... Das war mal ein bisschen. Und... Das war mal ein bisschen. Vielen Dank.